Rentenangleichung Ost an West. Welche Folgen hat das eigentlich für uns, für die Rentenversicherung und vor allen Dingen aber auch für die Ossis? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie kennen mich schon aus vielen, vielen Videos und der ein oder andere weiß auch, dass ich aus Halle-Saale komme. Wir sind dort mit unserem Büro in der Geiststraße geschäftsansässig. Ich bin also ein echter, waschechter Ossi. Ja, und uns interessiert mal die Frage, was eigentlich bei der Rentenangleichung Ost an West so passiert ist, welche Folgen das für die Ossis eigentlich hat. Meine Damen und Herren, und dazu habe ich mal eine Folie vorbereitet, damit wir uns das Ganze alles mal angucken können. Und auch eine schöne Beispielrechnung. Ich weiß, da werden die einen oder anderen wahrscheinlich dann wieder sagen, das ist aber nicht ganz richtig. Aber meine Damen und Herren, es bezieht sich natürlich immer nur auf Durchschnittswerte. Und deshalb geht es mir auch nur darum, um Ihnen klarzumachen, was denn eigentlich ab 1. Januar 2025 hier so in der Rentenberechnung los ist. Starten wir einfach mal mit den allgemeinen Dingen. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen größer kriege hier. Ja, das sieht doch richtig prima aus. Oder, das war vielleicht schon ein bisschen zu groß, Rentenangleichung Ost an West. Was ist passiert? Wir haben ein Gesetz, da steht drin, dass der Rentenwert Ost zum 1.07.2024 durch den allgemeinen Rentenwert ersetzt wird. Der allgemeine Rentenwert ist im allgemeinen Sprachgebrauch bei Ihnen auch Rentenwert West gemeint. Ja, aber den nennen wir im Rechtsgebrauch, in der Rechtssprache allgemeiner Rentenwert. Und der allgemeine Rentenwert beträgt am 1.07.2024 39,32 Euro. So hat es Hubertus Heil von der SPD, Bundesminister für Arbeiten Soziales. Sie kennen ihn, großer Kerl. Er ist erst vor kurzem uns bekannt gegeben mit der Mitteilung, dass es eine Rentenerhöhung zum 1.07.2024 geben wird. Ja, meine Damen und Herren, das ist der erste Akt der Rentenangleichung. Jetzt können Sie natürlich sagen, oh, was erzählt denn da der Knöppel? Wir hatten doch schon seit 1.07.2023 einen einheitlichen Rentenwert. Nein, meine Damen und Herren, der Rentenwert Ost und der allgemeine Rentenwert, der verschwindet erst zum 1.07.2024. Rechnerisch waren beide Werte erstmals am 1.07.2023 gleich. Ja, wir hatten also zum 1.07.2023 einen Rentenwert Ost 37,60. Der gilt übrigens bis jetzt immer noch. Und einen Rentenwert in der allgemeinen Rentenversicherung 37,60 gilt auch noch bis zum 30.06.2024. Alles prima. Ostdeutsche Renten werden dann ab 1.07.2024 mit dem Rentenwert 39,32 berechnet. Also die persönlichen Entgeltpunkte aus der ostdeutschen Rente. So, was passiert noch? Der Sprachgebrauch ändert sich ein wenig. Das heißt also, es gibt dann keinen Unterschied mehr West und Ost. Das heißt, zum 1.07.2024 gibt es nur noch einen einheitlichen Rentenwert. Der nennt sich allgemeiner Rentenwert und nicht mehr Rentenwert Ost oder West. Und zum 1.01.2025 gibt es zwei wichtige Dinge, die zu beachten sind. Erstens, wir haben ab dem 1.01.2025 eine einheitliche Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung für Gesamtdeutschland. Also dann gibt es da nicht mehr West und Ost. Das hört dann auf. Gott sei Dank. Und ab dem 1.01.2025 fällt der Umwertungsfaktor für Ostgehälter in der Rentenberechnung weg. Ist für die deutsche Rentenversicherung oder andere Rentenversicherungsträger sicherlich eine Vereinfachung. Ich sage, ganz großer Fehler. Denn das hat nämlich unter anderem auch fatale Folgen für Rentenanwartschaften ostdeutscher Arbeitnehmer ab 2025. In Wirklichkeit eigentlich jetzt schon. Aber das liegt daran, dass die ostdeutschen Einkünfte im Schnitt 824 Euro monatlich auf der Zunge zergehen lassen, niedriger sind als im Westen. Meine Damen und Herren, ich will es mal an einem Beispiel machen, was da eigentlich dem ostdeutschen Arbeitnehmer ab 2025 da so blüht in der Rentenberechnung. Als allererstes aber mal Zahlen, die nicht ganz so lügen, kommen nicht von mir, sondern vom Bundesamt für Statistik de Statis. Und die haben bekannt gegeben, die Durchschnittseinkommen für West und Ost im Jahr 2023 sage und schreibe im Westen Gott sei Dank für die Wessis. Wessis, prima, 4578 Euro im Schnitt. Durchschnittseinkommen Ost 2023, 3754 Euro im Schnitt. Ein Skandal. Nach 30 Jahren haben die Ossis immer noch knapp 800 Euro weniger Kohle als im Westen. Wie kann das eigentlich sein? Ja, also ich habe fast den Eindruck, wenn die Entvölkerung hier im Osten so weitergeht, dann gibt es wahrscheinlich nur noch Männer und Wölfe im Osten. Ja, so. Das ist das eine. Jetzt haben wir uns mal ein Beispiel gemacht und haben einfach gesagt, okay, wir rechnen jetzt mal ostdeutsche und westdeutsche Rentenansprüche auf Basis dieser Durchschnittseinkommen aus. 2023, relativ taufrisch. 2024 wissen wir es noch nicht. Wir haben das vorläufige Durchschnittsentgelt 2024 in Höhe von 45.358 Euro herangezogen. Bei dem Wort vorläufig fehlt leider das F, aber das übersehen wir jetzt einfach mal. So, und dann natürlich den neuen Rentenwert zum 1.07.2024. Und jetzt werden Sie sich mal umgucken, was da an Rentenanwartschaften so entstehen. Also haben wir mal für die Rente West für das Jahr 2025 gerechnet. Also der westdeutsche Arbeitnehmer kriegt 54.936 Euro Jahreseinkommen. Das ist also das Durchschnittseinkommen 4.578 mal 12. Dann dividieren wir diese 54.936 Euro durch das vorläufige Durchschnittsentgelt, welches für das Jahr 2024 gilt. Das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2025 gibt es noch nicht. Also ich kenne es nicht. Stand 26.04.2024. So, dann bekomme ich für dieses Jahr 1,2112 Entgeltpunkte. Ja, das heißt also über 1,0 Entgeltpunkte. Das macht dann eine monatliche Rentenanwartschaft für das Jahr 2025 von sage und schreibe 47,62 Euro aus. Also nicht sage und schreibe, sondern ich sage einfach nur sage und schreibe. Das ist nicht viel und aber auch nicht wenig. Das heißt also, ich multipliziere diese 1,2112 Entgeltpunkte mit dem Rentenwert 39.32, der ab dem 1.07.2024 gilt. Dann bekommen unsere westdeutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 47,62 Euro monatliche Rentenansprüche bezogen auf ein Jahr. So, jetzt gucken wir uns das mal im Osten an, meine Damen und Herren. Wegfall des Umwertungsfaktors. Ja, ich hoffe, jetzt schreien nicht die anderen Rentenberaterkollegen und sagen, oh, was hat denn der Knöppel da gerechnet? Nee, ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben. Die Ossis bekommen also im Jahr 2023 3.754 Euro im Schnitt monatliches Bruttoeinkommen. Das macht bezogen auf das Jahr 2025, mir liegen die 2024er Einkommen noch nicht vor, 45.000 und 48 Euro Jahreseinkommen. Jahreseinkommen. Prima, ne? So, jetzt dividiere ich diese 45.048 Euro durch das vorläufige Durchschnittsentgelt, was im Jahr 2024 gilt. 2025 habe ich leider noch nicht. Von 45.358 Euro und komme dann auf 0,9932 Entgeltpunkte. Warum 9932? Das Gesetz schreibt vor, vier Stellen hinter dem Komma sind die Entgeltpunkte auszuweisen. Meine Damen und Herren, das sind jetzt erstmal auch die persönlichen Entgeltpunkte. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass unser Ossi, auch der Wessi, abschlagsfreie in Rente gehen. Ja, also entweder mit der Regelaltersrente oder abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte, ist wurscht. Also abschlagsfrei. Er gibt dann eine Monatsrente für den ostdeutschen Arbeitnehmer für das Jahr 2025 in Höhe von 39,05 Euro. Indem ich ganz einfach die 0,9932 Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert, der ab dem 1.07.2024 gilt, von 39,32 Euro multipliziere. So, 39 Euro und was haben die Kollegen im Westen? 47 Euro. Ja, meine Damen und Herren, wie sieht das dann im Ergebnis aus? Im Ergebnis, und meine Damen und Herren, das, was ich Ihnen jetzt hier vorgemacht habe, ist die Rentenberechnung, die ab dem 1. Januar 2025 durchzuführen ist. Bis zum 31.12. ist das Jahreseinkommen der Ossis noch, um mit dem Umwertungsfaktor hochzurubeln. Das heißt also, dieses Jahreseinkommen wird dann mit dem Umwertungsfaktor, der liegt jetzt bei 1,02 noch was, umgewertet. Die Differenz zu den Einkommen im Jahr 2025 gegenüber dem Westdeutschen ist dann nicht wirklich größer, aber der Umwertungsfaktor wäre dann, wenigstens bis zum 31.12.2024 in die Rentenberechnung noch mit reinzunehmen. Ich habe ihn für 2025 rausgenommen, weil er nämlich da nicht mehr gilt. So, ostdeutsche Rentenansprüche für 2025 sind um 8,57 Euro niedriger im Monat als im Westen, und zwar nach den entsprechenden Durchschnittseinkommen, die wir jetzt haben. Das heißt also, durchschnittlich bekommt ein Ossi 8,57 Euro weniger Rente als Kollegen im Westen. Der Jahresverlust für Ossis an Rentenanwartschaften im Jahr 2025 gegenüber den westdeutschen Kollegen beträgt dann 102,84 Euro. Meine Damen und Herren, das sind die realen Folgen der Rentenangleichung Ost an West, wenn der Umwertungsfaktor Ost ab dem 01.01.2025 nicht mehr existiert. Der ist dann einfach nicht mehr da. Das heißt also, dieser Umwertungsfaktor sorgt jetzt noch dafür, dass ostdeutsche Gehälter ein wenig nach oben gerubelt werden, hochgewertet werden, und dann in der Berechnung der Entgeltpunkte sozusagen etwas höhere Entgeltpunkte sich daraus ergeben. Wenn wir aber davon ausgehen, dass ostdeutsche Einkünfte generell schon niedriger sind als westdeutsche Einkünfte, dann können Sie sich ja vorstellen, was das für eine unmittelbare Folge für Rentenanwartschaften im Osten bedeutet. Reine individuelle Aussagen von Rentenanwartschaften von ostdeutschen Arbeitnehmern oder westdeutschen Arbeitnehmern kann ich natürlich mit dieser Vergleichsberechnung nicht anstellen. Das sind also sozusagen völlig andere Sachen. Da kann ich nur dazu, also wenn Sie da die entsprechenden Dinge wirklich genau haben wollen, dann gehen Sie zur Rentenversicherung oder zu einem unabhängigen Rentenberater, der Ihnen dann diese Rentenanwartschaften einfach mal ausrechnen kann. Aber Sie sehen, Rentenangleichung Ost am West ist nicht nur positiv, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern hat eben auch eine negative Folge. Und das ist eben das Problem mit dem Lohngefälle im Osten, dass die Rentenanwartschaften dort im Schnitt einfach deutlich niedriger sind. Und wenn der Umwertungsfaktor wegfällt, werden diese Werte oder diese Spreizung sogar noch höher. Also meine Damen und Herren, lassen Sie sich mal die Zahlen durch den Kopf gehen und schauen sich die Folien an. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine wunderbare, rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel